Es ist wieder Mitmach Mittwoch und deine Ideen bekommen hier wieder die Hauptrolle. Ich habe mir deine Kommentare durchgelesen und geschaut, bei welchen Layouts, bei welchen Seitenideen brauchst du Hilfe. Du hast mir wieder ganz schön viele Herausforderungen geschickt und ich habe mich diesen gestellt und für deine Ideen die passenden Layouts entworfen. Also ich würde sagen, wir legen mal los. Beim Thema Pflanzen und Garten war ich richtig raus. Deswegen habe ich mir hier wirklich so eine grobe Übersicht geschaffen und wir fangen hier mal mit der Jahresplanung an, denn die verdient hier definitiv im Bullet Journal eine eigene Seite. Da reicht eine kleine Übersicht aller Monate einmal aufgelistet, damit du dir hier eintragen kannst, wann du was sehen, wann du was ernten möchtest. Die Seite daneben gehört dann nämlich dazu und hier habe ich mir so einen Aussaatkalender geschaffen. Nur ein kleiner Disclaimer, bitte orientiere dich nicht an dem Kalender, das ist alles so ein bisschen frei erfunden. Definitiv hat dieser Kalender aber eine richtig tolle optische Wirkung, denn durch meinen Farbcode kann ich hier sehen, von welchem Monat an so eine Aussaat stattfinden muss und wann eine Ernte erfolgen kann. Das ist richtig gut, wenn du vorher schon weißt, wie du dein Beet und deine Pflanzen pflanzen willst, dann hast du hier einfach eine großartige Übersicht, wann musst du wie starten. Hier unten habe ich mal noch eine Skizze angelegt, die ist aber ganz individuell und da musst du gucken, welche Beete du hast. Hier könntest du noch ein bisschen aufzeigen, wo soll was hin und damit du da noch ein bisschen mehr Ideen hast, habe ich auf der anderen Seite mal noch zwei Fragen notiert. Und zwar, was passt nicht zusammen und was passt gut zusammen. So kannst du super verhindern, dass Pflanzen, die nicht gut zusammenpassen, auf deinem Beet aufeinandertreffen. Aber ich glaube, da bist du mehr Profi als ich. Definitiv verdient auch so eine Gartengestaltung oder generell die Arbeit im Garten eine Extra-Seite im Monat. So eine To-Do-Liste für den Garten ist einfach eine super Idee, weil du gleich am Monatsanfang siehst, was muss ich auf jeden Fall machen, um das dann eben in die Weeklys oder die Dailies zu übertragen. So ein Tracker ist da einfach auch eine gute Idee. Ich habe jetzt als Beispiel hier mal Rasenmähen, Gießen, Ernten, vielleicht Umpflanzen, all diese Sachen, die jeden Monat immer wieder kommen, aufgelistet, damit du die hier tracken könntest. Schau einfach, was passt da zu dir. Und übrigens ist dieses Setup definitiv nicht nur was fürs Beet, sondern auch Zimmerpflanzen und deren Pflege könnten hier super integriert werden. Außerdem kannst du dir festhalten, wenn du irgendwelche Tipps aufschnappst. Manchmal erzählt man ja mit jemandem oder liest durch Zufall was bei Pinterest, Instagram. Und damit du das nicht vergisst, hast du hier einen Platz, um tolle Tipps aufschreiben zu können. Ich habe hier noch eine kleine Skizze angebracht, die einfach so mein Beet darstellen soll, um hier nicht zu vergessen, wo ich was angepflanzt habe und nicht direkt am Beet stehen zu müssen, um das zu sehen, weil meistens wirst du das bestimmt kennzeichnen im Beet selbst. Finde ich es gut, wenn du hier so Felder einfach von A bis, was weiß ich, wie groß dein Beet auch immer ist, bis Z markierst und hier unter den einzelnen Punkten schreibst, was hast du angepflanzt. Wenn du jetzt noch mehr Seitenideen haben willst, dann schau dir mal dieses Video an. Das könnte genau was für dich sein. Und ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib organisiert. Ich bleib's auch. Tschüss. Das ist grappig.